Was machst du jetzt? Schwitzt du auch schon? Mit Tageszähler oder mit Tripanzähler habe ich ja nie umgestellt. Es hat jetzt tausende Grenzen überschritten. Jetzt haben wir 61 Kilometer. Wie viele Kilometer hast du mit dem Tank gemacht? Das sehe ich jetzt nicht. Sehst du das nicht? Ich weiss einfach, dass er halb voll ist. Darum tanke ich jetzt ja nicht. Guten Morgen YouTube-Freunde. Übernachtet in Saint-Chan-Royant in diesem Hotel war super. Jetzt fahren wir Richtung Grenoble und dann über den französischen Jura rein in die Schweiz. Das ist unser Plan heute. Wieder nach Hause fahren leider. Jetzt hat der Pannenteufel zugeschlagen. Der Junfteiger 95 hat keinen Strom mehr. Der Pannendienst ist hier. Wird aufgeladen. Und nachher müssen wir weiterschauen. Und wenn wir die Beteiligung an, dann sind wir weiterschauen. Und wenn wir die Beteiligung an, dann sind wir da wieder aufgeladen. Und wir sehen uns immer wieder aufgeladen. Und wenn wir die Beteiligung an, dann sind wir hier ein.